was geht meine freunde und herzlich willkommen auf meinem kanal der yogi ist mal wieder back am schlüssel für euch heute wieder aus unserem renn setup und in vorbereitung auf der rallye 2.0 in der rallye und zwar mit der könig königs disziplin jetzt habe ich es mehrmals gesagt und erst verkackt mit der königs disziplin des rallye sports hier geht es nicht nur um zeit sondern auch um plätze gegen gegner wir wollen heute im rallye cross ein bisschen den d-lang clip testen für diejenigen was ist ein d-lang clip bisher cockpit an sich fahrzeug war immer starr und synchron zueinander zum beispiel in der kurve jetzt können wir über die kopfbewegung zum beispiel seitlich rausschauen und den verlauf der kurven eingang kurvenausgang zum beispiel beobachten das wollen wir heute in einem drift rennen testen hätte ich fast wieder verkackt und ich würde sagen habt spaß es geht nicht um die zeit sondern test wie immer let's go los geht's oder in stadt ein bisschen verkackt aber wir sind vorne wir müssen uns jetzt ein bisschen zeit rausfahren wir müssen ja in die schoko-runde wir müssen uns luft verschärfen ein bisschen weit raus gekommen aber okay wir sind noch drin so irgendwann innerhalb der nächsten runden müssen wir hier nämlich links rum es macht auf jeden fall richtig bock mit dem d-lang clip zu fahren so jetzt gehen wir in die schoko-runde genau den blick habe ich zwar gemeint und da verkackt das den blick habe ich gemeint seitlich raus aber wenn man nichts draus macht es ist nichts so jetzt müssen wir in die schoko-runde aber keine sorge die anderen müssen da auch noch rein stimmt gar nicht ich habe die schoko-runde begonnen so wir sind nicht erster aber wir haben ja noch ein paar meter was für ein anblick so letzte kurve ich weiß nicht ob es noch eine runde gibt wir schlägen uns innen rein und sieh doch Junge da waren wir wieder ein bisschen rausgetragen Setup nicht ideal und ne oder 360 ab kurz in der ecke wirst du mich verarschen ok jetzt wird es noch mal spannend die rennkommissare haben nicht gesagt dass ich abgekürzt habe jetzt geht es um jeden meter das war wohl eher abgekürzt ich habe mir keinen vorteil verschafft und jetzt kann ich es gibt Gas Junge oh war das knapp Freunde war das knapp 1.3.13 nicht schlecht wunderbar so kann ich jetzt hier die wiederholung anschauen ich weiß es nicht keine ahnung wie das funktioniert hier egal ich hoffe ihr hattet eine menge spaß es macht einfach bock mit dem gerät zu fahren es ist ein neues erlebnis wenn es euch gefallen hat würde ich mich über ein like freuen ein abo wie immer es kostet nix und in dem sinn sehen wir uns im nächsten video wieder macht's gut bis dann euer jogi ciao ciao